Die Zeit 18.14 Uhr. Linie 903 nach Mannesmann Tor 2 in 5 Minuten. Linie 903 nach Mannesmann Tor 2 in 20 Minuten. Linie 903 nach Mannesmann Tor 2 in 35 Minuten. Der Aufzug in der Haltestelle Rathaus bleibt bis auf weiteres außer Betrieb. Heiligabend letzte Fahrten gegen 17.16 Uhr und am 25.12.20 erste Fahrten ab 7.50 Uhr von den Endstellen. Mund-Nasen-Schutz, Tragepflicht im Fahrzeug, aber auch im Haltestellenbereich.